Besthouse GmbH in Mainz und Eisenach. Seit Jahren realisiert Besthouse gemeinsam mit seinen Bauherren intelligente und individuelle Raumkonzepte. Erfahrung, umfangreicher Service sowie die herausragende und geprüfte Qualität machen Besthouse zu einem der führenden Anbieter individuell gebauter Massivhäuser. Besthouse baut und gestaltet ganz nach den Wünschen und Anforderungen seiner Kunden. Ein- und Mehrfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser, Bungalows und anspruchsvolle Stadtvillen auch im Bauhausstil. Ob Energiesparhäuser, Finanzierungs- und Grundstücksfragen oder individuelle Lösungen für die Verwirklichung Ihres Traumhauses. Im Vordergrund steht dabei stets eine innovative Architektur mit dem Ziel, die Wohn- und Lebensqualität zu optimieren. Besthouse kombiniert sein Wissen, um für Sie die optimale Lösung zu finden. Besthouse ist der Partner, um Sie auf diesem Weg zu begleiten und Ihren Traum vom eigenen Heim umzusetzen. Besthouse – Bauen heißt Vertrauen. Unser Motto? Höchste Qualität zu fairen Preisen bei bestem Service.